Es ist mehr Zufall, dass ich auf Griechenlanddebatte im Deutschen Bundestag zufällig in Griechenland bin, in Patmos und eigentlich auch im Urlaub und eigentlich auch überhaupt nicht vorgehabt hatte, mich irgendwie zu dieser Debatte zu Wort zu melden, aber irgendwie kam ich dann hier gestern ins Grübeln und dachte, eine Sache liegt mir auf dem Herzen, das ist die Frage des Verhältnisses von Helmut Kohl zu dieser Rettungspolitik. Immer wieder ist ja mir vorgeworfen worden, den Europäer Helmut Kohl mit unserer Haltung zur sogenannten Rettungspolitik zu verraten und das war eine Sache, die habe ich mir dann gestern doch einmal von der Seele schreiben müssen. Und ich lese das jetzt einfach mal vor, was ich dazu geschrieben habe und was heute im Bild steht. Helmut Kohl und der Euro. Eine Frage von Krieg und Frieden, und zwar von Frieden und Freiheit. Das ist die europäische Einigung für Helmut Kohl immer gewesen. Nichts weniger. Für Helmut Kohl, der die größte Katastrophe des vergangenen Jahrhunderts am eigenen Leib erfuhr, war der Euro stets und zuallererst ein politisches Projekt, kein wirtschaftliches. Die gemeinsame Währung war für ihn die logische Vorstufe zum politisch geeinten Europa. Sie machte für ihn Europa unumkehrbar. Eine gemeinsame Währung, um zu verhindern, dass in Europa jemals wieder Krieg gegeneinander geführt werden kann. Eine Währung, die die europäische Idee im Wortsinn prägt und für gemeinsame Werte steht. Für Frieden und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaat, aber eben auch für Sch***, Eigenleistung und Solidarität. Letzteres, aber nur dort, wo die eigene Leistung nicht reicht und nicht, wo sie einfach verweigert wird. Kurzum eine Währung, die mehr Gemeinsamkeiten schafft und das Trennende überwindet. Eine Währung, die Identität stiftet. Darum ist Bild immer leidenschaftlicher Anhänger des Vereinigten Europas. Darum ist Bild auch immer Verfechter und Befürworter einer gemeinsamen europäischen Währung des Euro. Darum hat Bild die Einführung einer gemeinsamen Währung gegen viel Kritik verteidigt. Und darum ist Bild mehr denn je davon überzeugt, dass die heutige Entscheidung des Bundestages für eine nochmalige Verlängerung der sogenannten Rettungspolitik mit 9 Milliarden Hilfen für Griechenland furchtbar falsch ist. Weil diese Politik eben keine Rettung bringt. Nicht für Griechenland, nicht für Europa und erst recht nicht für Europa. Gegenteil. Sie schadet dem europäischen Gedanken, weil sie nicht eint, sondern spaltet. Nach einem mit falschen Zahlen erschummelten Beitritt zum Euro, nach fünf verschwendeten Jahren der Rettungspolitik, hat der Traum vom gemeinsamen Europa seinen Glanz verloren. Das Europa ist so tief aufgesunken, wie seit Gründung der Europäischen Union nicht mehr. Schlimmer noch, die alten Gespenster, die wir für immer überwunden glaubten, sind wieder da. Das ist das furchtbarste Ergebnis dieser Politik. Wer sich heute im Bundestag bei seiner Zustimmung für diese Politik auf Helmut Kohl beruft, der hat den Ehrenbürger Europas nicht verstanden. Soweit mein Kommentar heute im Bild. Und in diesem Sinne wünsche ich dem Deutschen Bundestag heute eine spannende und vor allem ehrliche Debatte. Ganz, ganz, ganz liebe begrüße aus Griechenland und bis bald.